Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einem kleinen Info-Video. Ja, ihr habt es sicherlich gemerkt, in den letzten Tagen kamen ein bisschen weniger Videos. Gestern kamen, glaube ich, gar keine Videos. Am Samstag kam, glaube ich, nur ein Video, das war L'Appetit Mission. Ja, es lag so ein bisschen darin, dass ich ein bisschen Probleme hatte mit meinem Internet. Die Telekom hatte irgendwie Störungen teilweise hier überall. Also, meine komplette Familie hatte schlechtes Internet. Ich konnte noch nicht mal mit dem Handy vernünftig irgendwas im Internet suchen. Also, so grottig war es. Kein PC lief, nix lief. Also, ich weiß es nicht. Auch mitten in der Nacht war es richtig kacke, das Internet. Und ja, ich konnte keine Videos hochladen. Die Videos haben teilweise einen halben Tag bis einen ganzen Tag gedauert. Und man dachte mir, nee, dann brauchst du keine Videos hochladen. Funktioniert ja sowieso nicht. Ja, heute am Pfingstmontag habe ich nochmal probiert, jetzt um halb zehn. Und bislang läuft es eigentlich. Es läuft noch nicht in der gleichen Geschwindigkeit, wie ich es davor hatte, aber es läuft. Und so könnt ihr ja sehen, ich habe jetzt die Videos La Petite Mission, Petite Isle drinnen. La Petite Mission wird auf jeden Fall heute noch kommen. La Petite Isle ist ja geplant am Dienstag, das wird auch so sein. Das werde ich dann um sechs Uhr in der Früh, denke ich, mal bringen. Weil das finde ich eigentlich ganz vernünftig. Schöne Uhrzeit mitten in der Früh, das habe ich jetzt auch gerade so eingestellt schon. Ja, mache ich mir noch hier ein Thumbnail. Und ja, es kann in den nächsten Tagen noch so ein bisschen zu Einschränkungen kommen. Denn, ja, wie ihr wisst, bis ich wieder hinterhergekommen bin, ich muss heute Abend, heute Abend, glaube ich, hoffe ich, eine große Aufnahme von Hof Bergmann wieder. Dann sollte normalerweise das in den nächsten Tagen auch wieder kommen. Und wieder mehr Folgen vor allen Dingen kommen. Und dann sollte das Ganze auch wieder laufen. Aber es kann jetzt noch dauern, ein paar Tage, bis ich wieder hinterhergekommen bin, im ganzen Hochladen. Und ich hoffe, dass jetzt die entspanntere Zeit kommt. Denn, ja, eigentlich ist jetzt sozusagen die Inselarbeit fertig bei mir. Und normalerweise ist jetzt auch wieder mehr Zeit für YouTube und allem. Und ich kann wieder auch konstanter Videos bringen. Und, ja, aber das war es schon zu diesem kleinen Infovideo. Denn ich wollte einfach euch mal nur mitteilen, was Sache ist gerade zur Zeit. Und, ja, dann muss ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.